Was ist denn das, Alter? Kontrollier dein Feuer, ich steh hier! Wenn der unten mich glaubt, kann ich doch nix machen! Hebt mein Sandy länger. Wo soll ich denn hinkommen? Mach mal nen Wegpunkt, wo ich hinkomme, so. Ja, da, wo ist der Wegpunkt eigentlich? Direkt zum Wegpunkt? So gut wie, ja, komm! Warte, 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 warte! Au! Leute, ey, ich sitze zu Helden! Ach du! Kommt was! Im Visier! B drücken! Du machst echt hier Punkte! Hä, what? Ähm, stell dich mal nicht so offen hin! Ja, ich tue jetzt hier erstmal alle mit Munition versorgen, dann haue ich ab! Aber ich mach grad richtig gut. Vorne ist ne Wahlkürre! Ey, Lipp meine ich! Lipp ist das! Und da steht eh ein Rapps an die, der macht mich je wieder heile! Ja, ich glück hier hab ich ganz selbst Beschluss und es interessiert mich einfach nicht! Und ich mach hier Punkte ohne Hände! Verdienstabzeichen! Logistik! Na, ich hab die Lipp getroffen, Alter! Von der Ferne, Alter! Mega nice! Seid so Helden, Leute, ne? Wieso stellt ihr vor mich? Weißt du, ich steh schon da und ich stell sich... Ja, ihr seid Helden! Oh, 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 oh der Reaktion was soll die Ups aber ja so wird das ist 20 Minuten lang Munition habt explodiert er unterstitten da waren Levelhut nur im 90er an meinem Sonnenlieb ja das ist das ne ich glaube ich doch ich habe auf jeden Fall Panzer Miner dahinten gesehen was ist eigentlich das mit dem Diamant? keine Ahnung ich check die neue Karte nicht ich habe versucht einen Wegpunkt zu setzen und auf einmal war ich Diamant und keine Ahnung frag mich nicht auch wenn ich auf der Karte ein Rechtsklick mache dann kann ich jeden Spieler anklicken und in den Trupp einladen auf der Karte kostet echt nerven ja das habe ich auch noch nicht verstanden was ist mit Diamant und so ich bin jetzt Diamant ich bin Diamant ich bin ohja du bist Diamant und Trupplieder keine Ahnung aber frag mich nicht du bist jetzt Diamant ok ich wollte nur einen Wegpunkt setzen und dann wurdest du Diamant und Trupplieder ja ich bin halt gesagt ich bin noch besser wie du Diamant und Trupplieder was ist das für ein Dreck oh da hat's grad nen Sandi verrissen da gab's Pick und String ja ein der Reps Sandis nein ich bin bis hier hinter uns hinter uns ist ne Max oben oder und es ist ne Max B B B B B B ich bin in Lock-On es bringt geh mal zum Reps an das oh legt mich da kommt der jetzt her er hat das oder immer bleibt nicht immer auch da steht und überlebt jetzt aber jetzt überlebt er nicht mehr jetzt überlebt er nicht mehr jetzt überlebt er nicht mehr keine Ahnung ob's dann nicht mehr ist ja alt von hinten schon wieder was ist denn das alter Kontrollier dein Feuer ich steh hier wenn der unter mich drauf kann ich doch nix machen achso die spawnen da haupt scheiß jetzt werde ich gleich gesperrt geh weg raus hier letzte Warnung ach die sind alle unter dir gespawnt oder was naja da sind sie instant geplatzt ja was ist denn von hinten die ganze Zeit ich hab das Guidebrett in geschossen oh ne Megweider von hinten ja Megweider helft mir mal Jungs ja hättest dir was sagen können hab ich die ganze Zeit von hinten abgeballert und hab ich die ganze Zeit halbes Leben jetzt bin ich tot ja naja schade Bobby ist auch ein Backrider echt nicht ganz so lustig hier grad äh ich reparier mich selber wie das hä hä Lackengamer repariert deinen Sundy ok ich hab's dir Autoreparatur nein nicht oh das ist alles Sven komm zurück äh ich kämpfe vor dir grad ich hab hier Probleme ich hol mir jetzt auch ein naja ich darf jetzt nix ich darf jetzt ja nix mehr überfahren das ist ja kacke und du darfst da nix spawnen ne ich darf jetzt nix töten mehr von uns owa hat es gelegt eier Rapsundys down denn du bist grad vielleicht von hinten äh äh berannt nein mein Rapsundys wurde gesprengt ok ich bin weg aaaaaaah jetzt komm ich mit meinem Lightning wenn mein Personal Rapsundys explodiert mach ich einen Abgang hä wo ist Michaels hinter mir ok ich komm mit allem was wir haben ja dir mach ich Attack-Blockade wir machen Empfang mit allem was wir haben oh juhu kill Oh, das war zu weit. Rechts oben, rechts oben, Markus, rechts oben. Max. Der Max fackt ab. Ja, die ist rechts oben. Ich hab sie schon zweimal gehittet. Ja, aber die Treppe sichern da und da hinten wieder. Alles drauf, was wir haben auf dem Berg. Oh, hier, Markus, fass auf, hier wieder. Oh. Was? Tantflash. Ja, er meint mich. Tantflash, fass zwischen uns rum. Tut mir leid. Das wurde ihm alles zu viel hier. Er muss bisschen die Nase putzen. Ja, die Schlacht ist gut. Geht auf sein Herz. Ah, Spion getötet. Sander war... Da oben sitzt alles voll. Markus, wenn du wiederkommst, bringst du einen Muni an die Rand. Er ist übrigens AFK, aber okay. Ja, ich wiederhole sie noch zehnmal. Es ist mir egal, da oben sitzt sie. Hat er schon wieder nix mehr zu essen, oder wie? Er hat ne Schere als Gegner als ihr getötet. Ja, wahrscheinlich bringt er grad seinen Teller weg, oder holt sie ihn nachschub. Ne, ich hab bisher nicht viel gegessen. Nur alles da fast. Ja, dann bring den Muni-Sandy ran. Boah. Er hat sich grad nen Tank gezogen, Alter. Ja gut, dann komm im Tank. Da ist noch Muni-Sandy hinter dir. Echt? Ja, ist so. Guck auf deine scheiß Map. Ja. Ich muss vorne konzentrieren, ich muss Leute töten. Er hat übrigens ne 2,1er-Kadene, möchte ich anmerken. Ich hab ne... 0,4. Ich hab seit zweieinhalb Monaten nicht mehr gespielt. 0,4. 1,16. Ich bin der Boss, weil ich so lange nicht mehr gespielt hab. Das bringt ja echt Vorteile. Hehehe. Vorteile, mit denen keiner gerechnet hat. Ja, jetzt sind wir wieder zurück. Jetzt sind wir wieder in der gleichen Position wie ihm. Und ich hab wieder eingetötet, Level 101. So, jetzt drücken wir mal davor. Rechnen sie wieder dahin, die Wichser. Ja, ich komm auf. Das ist ne fucking Max. Alter, ich stehe da hinten, wir gehen weg. Sandoah, hier ist 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 Sandoah. Ja, kann ich nicht zurück. Oh, hier fliege... Hier fliegt Patzer durch die Gegend. Oh, hier fliegt Patzer durch die Gegend. Ja, kommt zu mir her, hier gibt's Arbeit. Ja, ich komm doch schon. Halbtot brauche ich da nicht hochfahren, weil hier fliegt Patzer durch die Gegend. Wo ist er hin? Weiß nicht, wo da hin ist. Da oben sind auf jeden Fall noch ganz viele auf dem Berg. Da hinten. Der ist linksgefahren. Ja, da beschießt mich was. Und da ist ein Tansander. Ja, hinter euch ist auch ne halbe Armee, möchte ich anmerken. Ja, ich hau hier ab, ne, hier wird ein beschossen. Ja, ich brenne. X, 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 Y, irgendwas. Nein! Fuck! Yes, ich hab die Zeit runtergeholt. Scheiße, C4. Scheiße, C4, Mann. X-Kind. Ab ihn. Scheiße. Ah, fuck, da kommst du jetzt. Äh, da, äh, da wo wir Frankfurt lassen, Tannen sind. Ja, okay. Gänzlich ist gesund. Äh, was, noch weh? Hä? Äh, was brauchen wir? Brauchen wir, äh, Reparatur-Sunny, oder? Rep-Sunny sind zwei Stück hier. Munny-Sunny ist grad keiner mehr da, glaub ich. Okay. Ich geh mal mein eigenes Ding noch. Dann welches? Na dann. Kratzer das? Taus? Taus? Eine Ahnung. Taus nach welchen? Ja, deshalb Psic. allergos.